dieses video wird präsentiert von asus wir haben heute mal die gelegenheit uns das next bit robin anzugucken und das robin ist ein sehr interessantes smartphone was im prinzip ein sehr ungewöhnliches konzept sage ich jetzt mal verfolgt erstens mal sieht es ja nun nicht aus wie euer standard smartphone sage ich jetzt mal man hat sich hier also vom metall verabschiedet und setzt hier auf ein polycarbonat gehäuse kennt der ein oder andere vielleicht schon von den nokia geräten die materialien sind hier übrigens deutlich hochwertiger als jetzt zum beispiel bei den neuen microsoft lumias also das fühlt sich schon alles auch bei diesem vorserien gerät sehr sehr gut an wir haben ein 5,2 zoll großes display dazu ein snapdragon 808 unter der haube 3 gigabyte arbeitsspeicher und 32 gigabyte flash auf der fronten fünf megapixel kamera dazu gibt es dann auf der front auch noch diese beiden lautsprecher denn der chef designer von next bit war auch früher der ja designchef von htc der für die one serie verantwortlich war dementsprechend haben wir hier links und rechts jetzt in dem fall zwei schöne front lautsprecher die ganze nummer ist sieben millimeter dick und bringt 150 gramm auf die waage am unteren rand gibt es dann einen usb type c anschluss dann haben wir hier das mikrofon und daneben sitzt die led zur zum empfangen von benachrichtigungen dadurch kann man die led auch sehen wenn man das gerät umlegt es hängt also um die umdreht sozusagen man hat also grundsätzlich immer einen überblick darüber wo er wenn da notifikations auflaufen ansonsten gibt es am oberen rand natürlich noch ein kopfhörer anschluss und auf der rückseite habt ihr eine 13 megapixel kamera und dazu den dual tone led blitz hier diese wolke deutet schon an das ist so ein bisschen das maskottchen sage ich jetzt mal von next bit und darunter sitzen bei den fertigen geräten dann auch noch leds die sind hier angedeutet da sind aber die löcher noch nicht vorhanden und die informieren immer dann wenn das gerät gerade sich synchronisiert es informiert jetzt also nicht darüber wenn der wieder akkustand ist zum beispiel beim laden sondern eben wenn das gerät sich mit der cloud synchronisiert und die cloud ist dann auch der clue an diesem smartphone was im prinzip ein relativ einfaches android laufen hat das ist im prinzip weitestgehend unverändert abgesehen jetzt von so ein paar design details da gibt es ein paar anpassungen zum einen einmal kann man diese taste drücken um hier schnell zu den widgets zugekommen zu gelangen das ist eigentlich ein ziemlich interessantes konzept was aber noch ein bisschen besonderer ist an diesem smartphone ist eben wie man hier sieht dass da bestimmte apps ausgegraut sind und sobald die 32 gigabyte onboard speicher frei sind oder voll sind natürlich nicht frei fängt das gerät an sozusagen apps abzuladen beziehungsweise ja in die cloud auszulagern auf einer art das heißt also die apps die hier drauf sind werden grundsätzlich mit der cloud synchronisiert verschlüsselt und so weiter alles ganz sicher gemacht ist ja dem einen oder anderen durchaus wichtig und wenn der platz dann langsam zur neige geht dann kann man festlegen welche apps verschwinden sollen also abgeladen werden sollen das heißt im prinzip nichts weiter als dass sie vorübergehend gelöscht werden allerdings wird auch immer genau die version für euch vorgehalten die installiert hatte das wird also nicht einfach aus dem google place sondern eine nachgeladen sondern die bleiben dann sozusagen genau so wie sie sind für euch erhalten und wenn man die app dann länger nicht benutzt hat dann werden sie sozusagen gelöscht wenn denn der platz benötigt wird und ansonsten werden sie dann halt eben wieder synchronisiert das heißt also wenn ich jetzt hier zum beispiel netflix lange nicht benutzt habe dann tippe ich netflix kurz an und dann wird das ganze wieder hergestellt das heißt also jetzt geht das telefon los und fängt dann an netflix aus seiner privaten cloud also aus eurer persönlichen netflix next bit cloud herunter zu laden und wieder auf das gerät zu bringen dauert jetzt hier leider ein bisschen weil unser wlan nicht besonders stabil ist aber dann ist am ende dann das ganze icon wieder da und ihr könnt es ganz normal wieder benutzen die app so wie ihr sie kennt wie man sieht ist netflix hier inzwischen dann schon fast wieder auf dem gerät angekommen dazu ist noch zu sagen dass natürlich die daten nur dann synchronisiert sind wenn man sich in einem wlan bewegt bzw dem gerät die erlaubnis erteilt hat grundsätzlich auch die mobilfunk verbindung zu nutzen ihr müsst euch also keine sorgen machen dass da euer mobile traffic zum beispiel verbraten wird außerdem ist natürlich zu bedenken dass die apps die ausgelagert werden erst dann ausgelagert werden wenn sie wirklich lange nicht benutzt werden also nach zum beispiel sieben monaten nicht netflix benutzen kann man die app dann auch auslagern weil die wahrscheinlichkeit ja sehr gering ist dass sie plötzlich benötigt wird sozusagen ansonsten kann man natürlich dann auch immer wird man gefragt und man kann immer selbst entscheiden welche apps nun weg sollen oder welche vorgehalten werden sollen was die kollegen noch machen ist eine relativ interessante sache mit der kamera das heißt also das auslagern in die cloud erfolgt auch bei der kamera allerdings auch nur dann wenn es nötig ist da wird sozusagen immer nur eine version des bildes vorgehalten die die auflösung oder der auflösung des smartphones entspricht dadurch habt ihr immer die gute qualität wenn ihr euch also jetzt sozusagen in der galerie die apps die fotos anschauen wollt dann ist das ohne probleme möglich aber die höher aufgelösten versionen sind dann gegebenenfalls nur online verfügbar aktuell funktioniert der ganze kram hier noch nicht so richtig weil die software noch relativ früh ist aber es soll innerhalb der nächsten zwei monate dann auch alles so weit hingebogen werden dass es problemlos nutzbar ist dieses gerät und dann ab wie gesagt januar bzw spätestens februar dann auch an die kickstarter backer verschickt werden kann was noch zu sagen ist das gerät kommt grundsätzlich mit 100 gigabyte online speicher über die lebensdauer des geräts wenn mehr benötigt werden sollte will man sich nach der community richten und dann entsprechend nachbessern das next bit robben kommt wie gesagt anfang nächsten jahres ungefähr für die kickstarter leute unterstützer sozusagen auf den markt und wird dann ungefähr 440 euro kosten später dürfte dann auch eine generelle verfügbarkeit gegeben sein